Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute ein neues Video in an der Frische wie ihr wisst selbst gekauft und auch heute fangen wir gleich wieder an mit der nächsten Dose und zwar und zwar ist das eine Edition Limit Edition mit Berliner Luft dann habe ich noch einmal Peppermint Leim Leime so ich spreche es noch nicht weg ich nehme ich nehme die andere Dose ist schon verkostet auf meinem Kanal könnt ihr euch angucken und diesmal habe ich mir aber schon vorgesagt und zwar mit Eiskuchen und einen Skohleklaus wie beim letzten oder beim ersten Video so 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 die Pfefferminze kommt hier sehr schwach durch die Pfefferminze hätte ein bisschen mehr sein können die Zitrone oder die Limette oder was das ist ja so kommt hier ist ja viel mehr da wie eigentlich gewünscht das hätte ich mir eigentlich auch so gerne gewünscht ja so so zum ganzen gebe ich den ganzen oder mal eine Vier von 5 ehm Silberquellen Köpfe, weil es ist nicht so oft drin ist. So im Ganzen ist es auf jeden Fall, ich würde es mir noch machen, nur die bis jetzt, weil ja, es ist auf jeden Fall kalt, sehr gut zu genießen. Also wer Radler mag, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Also ich finde hervorragend, dass Kornbauer solche Limit-Editionen rausbringt. Die gibt es nicht immer, leider. Also werde ich dafür auch damit auch empfinden müssen, dass es die Sorte nicht mehr gibt. Aber ich habe ja immer irgendwas, was ich dann euch präsentieren kann, denn auch auf jeden Fall ein neues Video ist für mich auf jeden Fall wichtig und richtig. Ja und dann mache ich beim nächsten Mal dann die Büchse, weil wie gesagt, ich hätte die drei Büchsen nie auf einmal aufmachen können. Ich hätte schon aufmachen können, aber die wären dann nicht alle gewesen. Ja, also hätte ich dann dann wegschritten müssen. Und so kann ich auch gewährleisten, dass die wenigstens alle werden. So nach und nach. Ja. So. Wenn ihr mir was gefallen tun könntet oder würdet, dann abonniert mich. Lasst die Glocke wackeln. Ein Wohlführenden Kommentar. Das ganze ist kostenlos, würde mich ein bisschen weiterbringen. Ihr müsst es aber nicht. Ja. Ich habe jetzt wieder mal einen kurzen Kommentar gehabt. Ähm, bei der Campus-Titel glaube ich war es. Da hat mir eine nette Dame geschrieben. Ja. Wo jetzt das Chaos war. Äh, ja. Ich hatte mal an der Bank ein bisschen Schwierigkeiten mit mir reden. Das habe ich allgemein. Das habe ich aber schon, seitdem ich vertreibt bin. Ja. Die Aufregung halt. Ähm. Und. Ja. Es steht ja nicht da. Ich bin perfekt. Auf meinem Kanal. Geht es halt. Dass ich halt Sachen auspacke. Euch präsentiere. Getränke verkosten. Kochvideos, Backvideos machen. Und alles andere. Ja. Wenn sich irgendeine Firma begeistert. Ja. Für mich. Dann. Meine E-Mail-Adresse steht da. Ja. Könnt ihr ja dann. Und. Ja. Ja. So kurz da. Nehm ich nochmal ein Stück. Auf jeden Fall. Kalt zu genießen. Hm. Und. Das war auch so mit. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab das schon mal. Bis zum nächsten Mal. Mh. 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 Mh.